Eine sehr schwingende Version von Cherry Wainer und Darden. Oh, ich muss weg von dem Mikrofon, sonst nutzt das, ne? Und What Now My Love. Unsere nächste Gruppe stammt wieder aus England, aber mit dieser Gruppe brauche ich kein Englisch sprechen. Komm mal hier, Spencer. Spencer Davis und seine Gruppe Spencer sprecht hervorragendes Deutsch. Yeah! Also, recht guten Abend. Einen recht guten Abend, Spencer. Wo hast du dein fantastisches Deutsch gelernt? Ich war schon mal in Berlin gewesen. Wie lange? Also ein Jahr. Ein Jahr in Berlin. Hast du da studiert oder gespielt oder was hast du gemacht? Also beide. Beide? Deutsche Prüfung gemacht, glaube ich, ne? In Berlin nicht, in England doch. In England? Oh, Mensch, das Publikum die Rücken immer näher, um deine Gruppe zu hören. Wir wollten selbstverständlich die vielen Schauplatten-Erfolge hören. Wie wäre es mit einer deutschen Platte? Machst du das eines Tages? Ach, wenn es verlangt wird, dann machen wir es doch. Aber jetzt hast du es wirklich nicht nur nicht mehr. Deine englischen Platten laufen fantastisch und wir freuen uns sehr. Eine fantastische musikalische Gruppe. Ausgesprochenen Färbe, kann man sagen. Hören wir sie gleich an mit der großen Schlage Somebody Help Me und ein paar andere. Dann später zurück zu Don & Sherry for Green Onions und dann viel mehr Musik auf unserer Beat 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 Sendung. Aber jetzt The Spencer Davis Group.